Ja, hi erstmal. Die alten Bekannten sind wieder dabei. The Beast, Lanuna, The Reaper, The Way und The Kirito. GTA. Antwort ist sofort. Jawoll. Gut, wir muten uns doch mal nach. Toll. Chino Custom. Book in here. Chino. Chino Custom. Oh mein Gott, das wird so... Das wird so ein langes... Einfach nach rechts? Chino Custom? Ja, Chino Custom. Ja oder ja? Ja. Ja. Achso, nee. Chino. Ah ja, gut, dann nehmen wir auch den... Den Duke Odette. Hot knife. Kokett, kokett. Hot knife. Nein, nein. Ich glaube, ich finde nicht mehr, ich finde nicht... Oh man, ich finde nicht mehr. Egal, ich drücke jetzt einfach irgendwas. Das weiß ich jetzt nicht. Ich werde letzte. Ja. Ich konnte nicht mehr wechseln. Ich glaub meine hintere linke Achse ist nicht schlimm aus, guck mal Ray, guck mal Auf geht's Rebar, let's go! OHH! Alter... Ich konnte nicht mehr lenken Ich konnte nicht mehr lenken Ich hab ein 3-Achse Jetzt hab ich nur noch ein 2-Achse Ray, entmute dich bitte Ich möchte dein zartes Stimmchen hören Hey, Ray, wo fährst du hin? Keine Ahnung Alter, der Lenk nicht Ich hab keine Ahnung was Sieht aus wie der Schnee, obwohl er war Warum lässt ihr euch hier immer den Kriechen raushängen? Wieso nicht? Ja, aufholen und Windschatten sind an Das glaube ich nicht Ich hab eigentlich voll die Dreckskau Nee Ja, hier muss er echt mit Hand ankommen Das geht ja gar nicht Na wie auch sonst Da fehlt der Troll Lass doch mal zurückfallen Ben hat ja immer Schuld Oh, zwei von drei Mann, ich muss mal aufholen Hey, du bist der Erste Ach, hätte dich jemanden eingeholt Dann hätte er jemanden überrundet Beziehungsweise überrundet Nein Dann bist du trotzdem langsamer, weil du als Erster bist Keine Ahnung Ich glaub nicht Nee, glaub nicht Glaub ich nicht Hm, glaub ich nicht Bin jetzt minimal näher angekommen Das ist ja Aber ich kann mal ein bisschen weiter weg Leie 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 Ich hab die Bande mitgenommen. Ne. Jetzt weiter werde ich nicht mehr, außer der macht einen gravierenden Fehler. Ich hab voll die geile Fehler rum. Alter, wenn du dieses Auto in 11. Lehnen fährst, das wird nice. Ach, deswegen. Wir haben einen Axtbruch, deswegen lenkt er nicht mehr. Jetzt ist es irgendwie so ruhig. Ray, erzähl mal einen Witz. Da will die Achse brechen. Ja, aber... Ey, wer ist... Ohne Scheiß, ne? Ja. Das hab ich... Ich dachte, du willst mich raun, deswegen hab ich übelst abgebremst, aber ich wusste, dass du Windschatten hast, deswegen... Bisschen abgebremst. Dann schon. Außer man macht's mit Absicht. Ja... 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 ... 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 Ich will auch hüpfen, lass mich aufsteigen, lass mich bei dir einsteigen. Lass mich aufsteigen, lass mich bei dir einsteigen. Ist ja geil. Ich wollte doch mit dir hüpfen. Mit dir, nicht, ne? Hallo, wir nehmen euch. Nein! Ray, jetzt entmute dich bitte nicht. Nichts, Ray. Gut. Ray, rede bitte wieder nur mit mir, komm. Oder du musst jetzt schreiben? Was ist denn das? Vision? Ja, was hält? Warte ich? Ja, dann nehmen wir den auch mal. Das ist ein neues Auto, ne? Ja. Ja, ganz neu. Ja, ganz neu. Ja, ganz neu. Ja, ganz neu. Ich darf aus im 20er Jahr. Auf dem 20. Tag. Oh je. Tee, wir haben einen selben Wagen. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ich flieg definitiv zu weit. Ja, ich flieg. Ja, ich flieg. Nein, ich flieg zu weit, oder? Du schaffst das. Ah! Alter. Ey, das ist so, ey. Tschüss Logo, tschüss, tschüss, tschüss. Selber Schulte trinken kann, wenn du mich da reintun. Ah, wie jetzt bist du auch was gefunden? Alles gut. Ich bin da geholen. Ganz gezünd. Na, 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 na. Da muss man nachholfen werden. Natürlich. Natürlich. Das weiß ich nicht. Ich haze dieses Motorgeräusch, was genau im Nacken ist, ey. Warte, können wir gleich ändern? Oh, fuck. Ich würde dich nicht empfehlen mich zu rammen Ray ist noch drin, also bei mir zumindest Achso Dann muss er anständig dann bleiben Checky Oh fuck mal live Hallo Fußball, ihr hübsch Alter Ich würde nochmal 20 Einfach die Hälfte davon überspringen Oh ich hab gelenkt, oh Mist Wer ist denn erster? Schon wieder? Heftig Ey ohne Schein, was ist denn dein Begehr Junge? Sorry Ey Ich kam von innen Was ist denn dein Begehr? Das ist doch wieder Sex Das ist zum Gotzen Ich hätte noch kurz gewartet, du hättest noch Schwung holen können Sorry Logo, ich hab die Kurve nicht mehr gekriegt Ich werde mich nicht mehr rum das ist so sexy Cool sind jetzt Cool sind die Zeit Das war's für heute.